Kiepenkerl aus Freude am Gärtnern Pflanzen Sie rechtzeitig im Herbst Ihre Frühlingsblüher. Ob knallbunt oder in vielen Facetten einer Farbe, mit Kiepenkerl Blumenzwiebeln haben Sie alle Möglichkeiten. Das Kiepenkerl Sortiment bietet Ihnen eine Vielzahl an Blumenzwiebeln und Pflanzmöglichkeiten. Hier sehen Sie von links nach rechts eine Auswahl an Blumenzwiebelknollen und Zwiebeln. Nun kommen wir zu unseren Besonderheiten. Zu den Spezialitäten zählen unter anderem Ranunkeln und Anemonen. Aufquellen von Ranunkelzwiebeln erleichtert die Wurzel- und Triebbildung. Ranunkeln bevorzugen nahhaften, lockeren Boden in sonniger bis halbschattiger Lage. Auch Anemonenzwiebeln sollte man vor den Pflanzen zwölf Stunden in Wasser quellen lassen, um Wurzelbildung und Austrieb zu erleichtern. Hier sehen wir vergleichsweise normal große Zwiebeln und XXL-Blumenzwiebeln. Das XXL-Blumenzwiebelprogramm von Kiepenkerl beinhaltet übergroße Pflanzware, die besonders kräftig austreibt. Die XXLer entwickeln sich innerhalb weniger Wochen zu starken Pflanzen mit großen Blüten. Tulpen, Krokusse, Narzissen und Hyazinthen sind beliebte Frühlingsblüher, die in beiden Größen erhältlich sind und mit tollen, kräftigen Farben ihren Garten in eine Wohlfühloase verwandeln. Wenn Sie sich entschieden haben, welche Blumen es werden sollen, kann das Einpflanzen losgehen. Ab dem Frühjahr können Sie sich an den farbenprächtigen Ergebnissen erfreuen. Kiepenkerl aus Freude am Gärtnern